Hola, was geht, was geht, was geht. Neues Video, heute mal wieder ein schöner Lilano Song, Chrome Hearts, muss ich ehrlich sagen, habe ich übersehen den Song, ich weiß jetzt gar nicht wie lange der schon raus ist, aber irgendwie ist der an mir vorbeigegangen, oder das war in der Zeit, wo ich keine Videos aufnehmen konnte, lassen wir einfach mal so stehen, bin ich sehr gespannt drauf, 2 Minuten und 24 ein bisschen kurz, aber wir gehen rein, let's go. Ich muss sagen, das ist auch so was geiler an Lilano irgendwo, ne, du hast so einen Beat, der ruhig anfängt und dann schallert es auf einmal rein mit seiner Stimme direkt. Hey, was soll, was soll denn das überhaupt, wenn ich gestern ne geile Pizza hatte, dann schmeckt die heute immer noch gut, also weiß ich jetzt nicht, was, was die sein sollte, ha, aber okay. Oh, okay. Ich muss halt ehrlich sagen, so diese melodische Lilano, der holt mich halt jedes, ich mein, melodisch holt mich sowieso fast jedes Mal ab, aber. Der holt mich halt so ab, ne. Mein davor, der ganze Part auch geil, aber das ist schon geil. Ich muss sagen, hast du geraucht? Ich sage nein. Komm mal, fick deine Bitch, denn sie hat heute Geburtstag. Fitchi, was ergibt es nicht bei deinem Norma? Ich esse teuer und bei dir gibt's was vom Vortag. Stapel Scheine, bis ich sterbe, das ist ne Sportgarten. Kauf mir das Dies, kauf mir dann das, pass auf, dann lernst du. Nehm mir noch hoch, flieg übers Land, sich schon in Merkur. Sie ist auf der Jagd, Mario Kart, nach Stars, so wie Stern, du. Sie schaut mich an und früher war ich broke. Heute hab ich... Boah, aber ich muss ehrlich sagen, dieser Beat dahinter ist auch krass geil dazu, ne. Also, wie gesagt, Lilano, der performt da wieder richtig stark drauf, aber der Beat ist auch krankes Ding dahinter. Ich bin nicht Cash, früher hatte ich nichts, heute voller Tats, finde keinen Job mehr, nein, das wollte ich auch nie. Bevor ich noch wie einer bei der Feuerwehr verdient, hab keine Zeit. Hä? Hä? Bevor ich noch wie einer bei der Feuerwehr verdient, hab keine Zeit, bitte schreib mir nicht mehr. Ich weiß, dass du mich brauchst, es ist vorbei. Taschen sind voll, ja, sie halten mich an Fragen. Hast du geraucht? Ich sage nein. Komrad, fick deine Bitch, denn sie hat heute gebrochen. Ich sage nein. Ja, klar. Vorstag, Fitchi-Wasser gibt es nicht bei deinem Normand. Ich esse teuer und bei dir gibt's was vom Vortag. Stapel Scheine, bis ich sterbe, dass ne Sport da ist. Also der Beat gefällt mir richtig stark da im Hintergrund, ne? Ehrlich. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Lilano Songs, die sind halt oft so Realtalk mäßig und sowas, ne? Aber auch hier, also hier zum Beispiel, finde ich die einfach lustig, was der dann da einfach raushaut, so viel Sachen. Das ist so witzig. Aber, ey. Aber es hört sich aber auch geil einfach an, ne? Und du kannst halt gut so durchdrehen und auch vielleicht sogar mitsingen. Ist geil. Für so eine Tour sind die Songs, glaube ich, richtig geil. Weil, ja, Videotechnik, was soll ich da Videotechnik zu sagen, ne? Schöne Frauen irgendwo, viel Alkohol, viel Tanzen, ein kaputter Kuchen. Lilano, der seinen Spaß da hat. Ja, passt. Passt halt so irgendwo zum Sound, ne? Muss ich halt ehrlich sagen. Macht halt Spaß, so das Video zu gucken und auch gleichzeitig den Song zu hören, muss ich halt ehrlich sagen. Aber ist jetzt auch nicht so ein Ding, wo ich sage, so, ja, okay, müsste ich jetzt, weiß ich nicht, da nehme ich mir vor, das Ding zu hören, sondern das kommt einfach irgendwie in der Playlist und dann kommt es irgendwann dran und man dreht durch. So, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ist schon irgendwo, ist schon ein geiler Song, ist schon ein geiler Song, muss man ehrlich sagen. Schade, dass ich den überhört habe. Schade, dass ich den, ja, was heißt überhört, aber so vergessen habe. Mal sehen, was ich dann noch so für alte Stätze finde. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid dann dabei. Wenn nicht, ihr wisst, dann schaltet einfach weiter, guckt eure Reactions an oder guckt euch was ganz anderes an, macht, was ihr wollt. Aber setzt niemanden dabei. Nichtsdestotrotz ist ganz wichtig, dass ihr euer Lächeln nicht verliert. Hä? Hätte ich schon fast wieder vergessen. Und dann sehen wir uns vielleicht bei der nächsten Reaction. Ciao.